Hier ist unser Team von Domain Schienweiler. Café Cup Champions. Der trifft, schon wieder. 2-0 Magdeburg, Doppelpacker-Säge. Was für ein Händchen! Jetzt will ich ein Foto machen. Aber ich will nicht nur in einem Klubb, sondern ich will einen Team joinen. Ich will nicht nur in einem Klubb, sondern ich will ein National Team selecten. Ich will nicht nur in einem 16, 17 oder 18 sein. Ich habe einen Festaick, im Klubb in der 1-1-1-1-1. Ich habe einen Professional Contract mit dem Festaick. Ich will nicht nur in der 2-1-1-1-1. Ich bin der Festaick im Klubb, die ich in der 1-2-1-1. Ich will nicht nur in Tasmania und Berlin. Ich will nicht nur in Chelsea und Rüdig im Klubb. In der Union Berlin haben wir die erste Professionell-Matches in der Division 2 gewonnen. Wir haben auch eine große Herausforderung gemacht. Ich bin der German-Vide-Vide-Vide-Vide-Vide-Vide-Vide-Vide-Vide. Wir haben auch die Erfahrung mit den ganzen Team. Es gibt auch die Bayern-Munik-Dorf-Munde. Wir haben auch die Spieler wie Ribéry, Robben, Aubameyang. Die Spieler sind in der League-League-League-League-League-League-League-League-League-League. Ich bin der zwei Jahre im Training. Dessen haben damals auch einige, Ich bin jetzt in England. Ich bin jetzt noch ein Follower. Ich bin jetzt noch ein paar Hardswork. Ich bin jetzt in der nächsten Jahr. Ich bin jetzt in der September der South Asian Championship. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt in der Club. Ich bin jetzt in der National Team. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt in der September. Ich bin jetzt in der Sril-Langka.